Hallo! Kennt ihr den schon? Das ist Totenstarre von Mark Newkahn. Ein 2005 erschienener Psycho-Thriller, steht hier hinten drauf. Ich würde sagen, Thriller trifft's eher. Für die Thriller-Fans unter euch, endlich mal wieder ein Beitrag. Ich hab dieses Buch aus meinem Regal gekramt. Das ist schon, wie gesagt, länger her, als ich es gelesen habe, aber ich habe es in einer Nacht durchgeschmökert. Ich hab mir das Buch damals gekauft, bin im Buch langgegangen, hab gesagt, ich hätte gerne richtig krassen Thriller. Aber ich brauche was, was mich richtig in Aufregung versetzt, was können sie mir empfehlen? Da hat sie mir ein paar gezeigt, die haben mir nicht gefallen. Dieses Buch hat mich dann angesprochen, das habe ich dann genommen. Es hat 411 Seiten plus Danksagung. Ist wie gesagt 2005 im Limes Verlag erschienen. Das Cover sieht schon, ich finde, ansprechend gruselig aus. Hinten nochmal. Ja, und es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Also, was soll ich euch dazu sagen? Ich habe, wie gesagt, eine Nacht lang durchgelesen, am nächsten Tag habe ich es dann beendet. Ich konnte nicht mehr auffahren. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Der Bildhauer Ashley Stessler ist mit seiner Skulpturen-Serie Familienplanning zu Welt rumgelangt. Vor allem die überaus realistischen Darstellungen reiner Todesangst fesseln und entsetzen die Kritiker gleichermaßen. Auch die Bildhauerin und Kunstdozentin Lauren Reed war einst eine große Bewunderin von Stesslers Werk. Doch in jüngster Zeit fühlt sie sich von den drastischen Realismus in Stesslers Skulpturen eher abgestoßen. Dennoch freut sie sich, dass Carrie, ihre begabteste Studentin, einen mehrwichtigen Studienaufenthalt bei dem berühmten Künstler verbringen und ihn bei seinem neuesten Projekt Family Planning 9 beobachten darf. Einige Zeit später erreicht Lauren die Nachricht, dass Carrie Spulus verschwunden ist. Sofort macht sie sich auf die Suche und entdeckt wie zuvor ihre Studentin das schreckliche Geheimnis von Stesslers Ranch. Ein perfekt ausgebautes Kellerverlies und darin eine gefangen gehaltene Familie. Nummer 9 Schlagartig wird ihr klar, dass Stesslers Werkstoffe seine Skulpturen Menschen sind. Er entführt seine Opfer, tötet sie grausam, wobei er im Moment der größten Agonie Abdrücke von ihnen erstellt, die er anschließend in Bronze gießt. Dann steht hier noch, wenn aus Jägern Gejagte und aus Tätern Opfer werden, Totenstarre ist ein rasanter Psycho-Thriller, der seine Leser auf eine Achterbahn der Emotionen schickt, aus der es kein Entkommen gibt. Denn niemand schafft es, diesen Thriller vor der letzten Zeile aus der Hand zu legen und sogar dort lauert noch eine böse Überraschung. Ja, wie gesagt, das ging mir ähnlich. Ich konnte das Buch auch nicht aus der Hand legen. Hier ist ein Bild von Mark Nykanen. Um sich den Autor einmal anzuschauen. Ja, sieht schon so aus, als hätte er sich nicht alle Tassen im Schrank. Also ich denke, Leute, wie Stephen King, den sieht man auch an, dass er nicht so ganz in Ordnung ist, glaube ich. Die hat so ein bisschen kranke Fantasie haben. Ich würde den Leuten lieber aus dem Weg gehen, glaube ich. Ja. Wie gesagt, es geht um diesen Künstler Ashley Stessler und um seine Skulpturen und diese Studentin, wie heißt sie? Hab's doch gerade vorgelesen. Carrie? Carrie, ja genau. Carrie fährt da hin und findet das alles schon sehr, sehr komisch, als sie auf die Ranch kommt und wundert sich jetzt alles ganz ruhig, nirgendwo ist jemanden zu sehen. Wohnt der Mann da ganz alleine? Was ist da überhaupt? Und wo ist seine Werkstatt? Und man kann nichts sehen von außen. Und sie gerät dann halt in die, ähm, ja, in die Sache so rein, ähm, sie lernt ihn kennen, sie findet ihn komisch, sie hat auch komisches Gefühl dabei, ein komisches Gefühl dabei, ähm, ihm zu begegnen und, ähm, ich stelle das mal hier so hin, kann der das sehen? Ähm, ja, und es ist halt wirklich so, dass das Grauen einen so ein bisschen, äh, packt und einholt. Ich, äh, wie gesagt, fand das sehr, sehr geheimnisvoll anfangs, dann fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand das sehr, sehr eklig und pervers, bis dahin neu und ich glaube, ich habe auch kein Buch mehr gelesen, was diesem nahe kommt, denn diese Art zu töten, die der Täter hier hat, ist doch, äh, etwas ganz eigenes. Ich glaube, das gab's in keinem anderen Roman, wenn, dann habe ich ihn noch nicht gelesen und ich mag es immer, wenn neue Ideen, äh, in Romanen, wie gesagt, vorkommen. Falls ihr das Buch noch nicht kennt, Thriller-Fans, dann, äh, müsst ihr euch das noch holen. Ich denke, ihr bekommt es, äh, als Taschenbuch oder günstig gebraucht irgendwo, weil es, wie gesagt, 2005 erschienen ist und, ähm, das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Es gibt einen zweiten Roman, Der Fallensteller, mit einer Spinne vorne drauf, das wollte ich mir immer mal holen, aber ich habe es nie getan. Ähm, mal schauen, dabei war ich so begeistert von dem Erstlingswerkflächern, da hatte ich einfach Angst, dass das zweite nicht so gut ist und hab's mir dann doch nicht geholt. Aber ich fand's auf jeden Fall super spannend. Also, das ist wirklich eine absolute Empfehlung, äh, zur Handlung kann ich euch leider nicht mehr sagen, weil es, wie gesagt, länger her ist und ich finde, dass der Text eben schon sehr, sehr viel ausgesagt und auch verraten hat. Äh, lasst euch einfach überraschen. Es ist, ähm, wie gesagt, ne, ne, sehr aufwühlende Geschichte auch, finde ich. Ich erinnere mich an eine Szene am Anfang, wo ich dachte, toll, dieses Buch liest du lieber nicht weiter, weil das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Ähm, aber, ja, das war dann, war dann okay. Es war nur eine Szene, die mich da wirklich gestört hat. Ähm, und das ist ja meistens so. Es geht halt um, um Tiere. Ich bin halt nun mal ein Tierfreund und ich mag es nicht, wenn, ähm, immer die Tiere in den Filmen und in den Büchern leiden müssen. Ähm, die können ja schließlich auch für nix. Und, äh, es ist aber meistens so, wenn man einen Thriller liest, weiß man das, oder Horrorbücher, dass viele Killer, ähm, als Kinder, Jugendliche oder in der Anfangszeit ihrer kranken Taten sozusagen, ähm, erst mal sich an Tieren auslassen und dann auf Menschen übergehen. Und bei ihm ist das, ähm, wohl ähnlich so. Und es gibt nur eine einzige Szene mit einem Hund, wo ich gedacht habe, nö, das finde ich jetzt nicht so toll, ähm, sowas muss nicht vorkommen, muss ich nicht haben. Die Gewalt gegen die Menschen ist da irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie weniger schlimm. Insofern ist es für mich irgendwie, also, nur mit Tieren, das finde ich nicht so toll. Ja, wie gesagt, Totenstarre von Mark McCann möchte ich euch ans Herz legen. Vielleicht kennt ihr das, habt ihr das gelesen, wie lange ist das bei euch her, könnt ihr euch noch erinnern. Äh, habt ihr den zweiten Teil von Mark McCann gelesen, also es ist ja keine, keine Reihe, sondern das zweite Buch, der Fallensteller. Äh, wie sind eure Meinungen dazu, wie fandet ihr das, wie findet ihr dieses? Das würde mich total interessieren, weil über dieses Buch hört man wenig, sieht man wenig, liest man wenig. Und ich finde, das, äh, hat es eigentlich auch nicht verdient, weil es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Gut, dann bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Tschüss!